Wirres, Geschreibe ohne Substanz und Sinn, ein echter Brandstätter eben, bitte den Kollegen sperren. Ja, was schnöre ich das? Der kann ja nicht durchgehen, da was sammeln. Sehr verehrte Frau Al-Sarari, ihr Stil, wie sie einen Artikel schreiben, ist einfach 4. Klasse Volksschule. Einfach aneinander reihen von Wörtern. Liest man ihre Stadtspaziergang, stellt man sich vor, man ist in der Provinz und nicht in Wien. Toleranz oder aufs Maul. Amen. Aufs Maul. Lieber Kurier, bevor ich Facebook werde, verzichte ich auf Ihr Blatt. Ja, das würde ich auch. Ihre Sprache ist so gewöhnlich und langweilig. Damit können Sie noch in Bosnien Sympathie gewinnen, aber hier. Aber wem? Mit M bitte. Interessiert schon Ihre Dankbarkeit? Fürchterlich. Dann schreit niemand. Aber Sie lesen es dennoch. Danke dafür. Bami, bitte regelmäßig Ihre Psychopharmaka einnehmen. Sonst schicke ich Ihnen die weißen Männer. Ich hoffe, eure Redaktion brennt ab. Sehr geehrter Herr Brandstädter, es ist bewundernswert, welche Sicherheit Sie auf jeden Blödsinn, einen passenden Gegenblödsinn, zur Hand haben, muss wohl eine Folge Ihres Berufs sein. Der Herr K*** hat's erkannt. Ah! K** K**** K**** Vielen Dank.